Hi Leute! Hallihallo Hallöchen! Willkommen zurück zum weiteren Let's Play von Mario Kart 8. Wir spielen 150 Kubik gespiegelt und jetzt mittlerweile den vorletzten Kart. Nicht das vorletzte Rennen, sondern den vorletzten Kart. So, ich wechsle. Ich nehme jetzt das andere Arsch. Du bist ja nett. Ja, der Cooper, der hat gerade eben verkackt. Deswegen, das lag ja nicht an mir, das liegt nur an dem Fahrrad. Genau. Ja. So, jetzt fahren wir den Blood Cup. Blood Cup. Bloodsport Cup. Das wäre lustig. Ja. Wenn die Karakere anfangen würden zu bluten. Ja, du wirst jetzt sehen, wie die bluten. Ja. Ja. Aus allen Öffnungen. Quasi Bluter. Möp, möp, möp. Äh, Scheisschnecke. Den wollte ich nochmal so anrafen. Äh, anmerken. Ja, geht. Geht. Wie du hast wieder am besten startet. Huiiii. Ja, blieb mir ja nichts mehr an der Wand lösen worden. Welche Dreckzau hast du da schon mit... Oh, da bin ich voll in deinen Kanter reingefahren. Was du meinst? Ne, 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 ne. Ich hab doch was. Bitch, please. Ja, und sollt ihr aber auch grad gedacht an der gleichen Stelle. Ja, ich hab ja nicht mehr die Strecken außen. Ne, ne, ne. Gar nicht. Wobei, wenn man schlecht ist, so wie ich, dann... Ja. Ja. Ich war so schnell, ich hab mich aus der Karakene. Ja, und ich hab davor nochmal ins Kies gegeben. Also, wenn man so schlecht ist wie ich, dann merkt man sich die Strecken sowieso nicht, dann ist das eh. Weil du rechts, links, geradeaus, durch die Mitte fährst. Achso, jetzt geht der Text dann. Ja, ich bin cool. Jetzt bin ich sogar schon prachtig. Hast du direkt an gesagt? Nö, ich hab gar nicht. Ich hab kein Bauarzt. Aber nicht hart zu sein. Ja. Ey Leute! Ja, du bist wieder so rumgestattet. Achso, ja, du hast mich gerade überholt. Ich wurde abgeschlossen. Oh, jetzt gibt's gerade mal was in die Kraft. Dann sind wir zum Thema Platzbord. Ja, wann? Ja, fast da, da war es wunderbar. Ich krieg mal alles wieder raus. Weißt du, ich überholt gerade den da. Nö, geholt mich einfach wieder zurück. Die Drecksau. Aber ich denk's. Ja! Du kleiner Drecksack. Dafür werde ich deine Mutter nicht auf den Keller. Ey, du, du Pissbacke! Ja! Hä, der Hammer! Neunter! Ja, fahr ich über deinen eigenen Bananen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Neunter? Ja, 10. Elfter! Ey, das ist der Hammer! Die, die, die Gäbens nur hieß, Trauer. Nicht meine Scheiße. Ja, das ist der Elfter. Das ist nötig. Ich bin die... Nicht meine... Tag. Ja, man kann nicht mehr machen, wenn man hinten schiebt. Biss ich verarschen? Waluigi! Du Pissbacke! Kurz vom Ziel wieder Dritter geworden. Na, ist ja schon. Du hast Sorgen. Ich krieg immer den dreckigen roten Panzer in der Luft ab. Das nervt übel. Das läuft schon total scheiße. Wollte ich nur so anfangen. Ja, dafür gibt es erst mal paar Mal auf die Ruche. Möp, 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 möp. Hä, ist das nervig. Und ich glaub, jetzt kommen ja erst noch die beschissenen Strecken. Hm. Ich hab gar nicht geguckt, was waren jetzt die beste Strecken. Ja, alle Scheiße. Ist ja nicht die erste. Ach so, na dann. Ah, die... Oh, nö. Ja, okay. Aber das fand ich jetzt echt unfair. Das ist ein dritter geworden. Ich bin ungefähr der bis 10er geworden. Obwohl das eigentlich Fette schon im Sack gehabt ist. Das können, ja. Aber, aber dann kommt dieser Pissbacke mal Luigi, ja. Und drückt mir erstmal das richtig dickes in den Arsch. Ja, wer drauf steht. Na, wer drauf steht. Na ja. Ah ja, das ist richtig. Ja, er ging, ne. Ja, er ging, ne. Ja, er ging immer noch, gell. Das reicht ja, warum nicht. Los Dirk, du musst den Klapp gewinnen. Ja, natürlich. Ich gewinn das Ding hier. Wahrscheinlich schießt du mich wieder. Wenn ich dann mal freundel, singst du mir Warnal oder so. Ja, ich hab ja nichts gewonnen. Ah. Ich kenn die Strecke nicht mehr. Ja, sie ist ja auf die Spiegel. Ja, ich kannte sie schon vorher nicht. Ja, die sind ja auch. So, jetzt gibt's hier erstmal auf Stress, oder? Ja, ich kipp den erstmal alles. Ich kipp jetzt keine roten Panzer. Wie kann man denn da dran vorbeifahren? Das verstehe ich auch nicht. Das ist ja krig. So, da sind die komischen. Ja, der war Luigi schon wieder. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der ist wie Hämorrhiden. Hast du sie einmal, hast du sie immer. vor allem wie schnell die eigentlich kraft sind ich komme nicht an die branche ich wollte nach vorne schießen Schießt nach hinten, ist der Kacke. Schießt eigentlich, weil ich schon kam es eigentlich nicht. Zweiter, ich könnte kotzen. Ey, wo kam es ein Wild angeflogen, du Piss, ne? Ich hab' ja auch nicht, das hab' ich auch gerade gesehen. Ja, nimm' doch alle die Power-Aufrunde. Ja, was ist denn? Jawoll, Pipi! Scheiß auf Waduigi! Ich hab' eben einer auch noch vor mir, äh, irgendwie verreckt. Ja, so. Hau bloß ab! Was? Yoshi! Du! Ich bin gefangt. Es geht jetzt fast was Böses gesagt. Äh, wer war das? Ich nicht. Oh, Vierter! Aber komischerweise bist du vor mir, das kann der schon mal nicht. Ja, ich hab' den grünen Panzer nicht abgefeuert, ich schwöre. Alter, dieser Yoshi! Dieser kleine Yoshi! Oh, im Ziel hab' ich den Typ getroffen, das kann ja nicht wahr sein. Naja, wir sind kein Zehnter mehr. Okay. Oh, oh. Ja. Läuft grad' nicht so gut für uns. Ne. Na, wir werden sehen. Den Klammern nicht. Naja, die zwei guten Strecken kommen ja noch. Oh. Ah, da kann ich mich doch an die eine Kurve noch eben nicht immer rausgeführt. Oder fast immer. Ach, kackeln! Schwart war kack! Ach so, das ist so gut. Das machen wir die Winnmisschen! Das machen wir die Winnmisschen! Ein bisschen! Ja, natürlich krieg' ich gleich nach, das hab ich jetzt schon. Aber auch gerade geworfen! Ah, da? Nein! Also, wenn ihr da innen ungefähr, da rücken die komische Wütschschatten, da flütsch Also, wenn ihr da innen ungefähr, da rücken die komischen Wütschschatten, da auf das Nächster direkt, äh, da hab ich überhaupt keine Chance mehr. Ich bin ein Dijon. 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 Du bist weiter und geklärt. Du bist ein Dijon. Hey Yoshi. Ohne Flachs jetzt mal. Du nährst mich schon mehr wie der Wahl München. Ja. Ja genau. Ja nicht einfach. Ich krieg's grad gar nicht krägelt. Ja das war's. Irgendwider nicht einfangen. Jeder verkackste einmal und schon bist du wieder... Was sind die Möse? Echt? Wenn ich mich dort machen, dann geht das hier. Dann machen wir einen Platz. Das ist doch nicht. Dann machen wir die... Ich kann mich auch nicht mitnehmen. Ich glaub die machen einen Platz. Ich kann mich auch nicht mitnehmen. Ja. Ich mache einen Platz. Ich kann mich auch nicht mitnehmen. Ich kann mich und nach euch, das haben wir auch nicht soarbe. Ich bin ein Platz. Aber ich muss mich nur mal um, aber nicht soarbe. Ich bin ein Platz. Ich bin ein Platz. Juhu, jetzt kannst du auch fahren. Ja, die machen einen Entwicklungsplatz. Da gibt es jetzt ein Anstrengen. Hauptsache, du bist von den Pflanzen nicht vernoscht. Was interessieren mich die Pflanzen, wenn ich von den anderen immer auf die Fresse kriege. Ah, Onkel Waldemar. Ich dachte, jetzt kommt Onkel Dirk. Ne, ne, Onkel Waldemar. Vielleicht nächstes Mal kommt da Onkel Dirk. Letztes Race. Ja. Ah, oh, die ist cool. Ja, dann haben wir ja doch noch eine Chance. Also du, nicht wir. Du, als erster abschließt. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich nicht. Ich kacke jetzt schon, ich bin letzter. Ist das dein Ernst Quitsch? Ist das dein Ernst Quitsch? Warum musst du langsam rechts oder links? Ah nein, das ist doch ein Spielmarkt. Ja, genau. Scheiße. Äh, warte, keine Ahnung. Muss ich doch mal überlegen. Ja, voll abgekackt. Hier gibt die Busch, Maximus. Du isch mich grad zum zweiten Mal. Ach, das warst du? Du hast mich grad zum zweiten Mal vernascht. Das geschieht ja grad recht. Ja, ich blick jetzt. Du weckst jetzt ja immer deine scheiß Charaktere. Da weiß ich nicht, wer du bist. Ich bin die kleine Baby-Punkte. Ja, super. Da fährt ja, du bist ja die Einzige, die da rumfährt, ne? Als Baby-Punkte. Ja, du meinst, das interessiert mich da noch? Ja. 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 Scheiß die Wand an! Hier, hör auf mich wieder zu essen. Das war ich nicht. Fast hattest du mich wieder vermascht. Zum Glück war der Waluichi noch vorne. Ja. Ja, kannst du mal sehen. Das war nicht klar. Äh, jetzt dann links. Dann rechts. Ich würd sagen, überholst mich noch nicht. Ja, ich hab's gesehen. Ja, oh. Das war doch gar nicht. Ja, ich hab'l. Ja. Alles war, ich hab'l. Du denkst. Oh, du Hure. Lass' wir'l. Ich hab'l. Ich hab'l. Die drin. Ich hab'l. Ja, ich hab'l. Ja, ich hab'l. Du Hure. Du hätt'l. Aber ihr habt den Joschi abgeschossen. Zwei Mal. Also einmal hat er einen roten Panzer abgewärzt und dann... Ich bin Dritter. Hinter dir ist der Joschi. Ja ich weiß. Vielleicht bin ich jetzt auch mal drüben. Wie nimmst du? Jawoll, Joschi, du bist sowas von am Arsch. Ja, das macht er. Scheiße oder was? Ja, ja. Ich bin tief in zwei. Ja, dann die... Ja, das bekommt er. Ja, das bekommt er. Merci. Ja, mach mal. Stirb du fettes Joschi ein. Ich bin der scheiß Sniper. Da kommt der, 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 der... Ja. Ne, du hast mich auch mal draufgeschossen. Ja. Ha! Ich bin der scheiß Sniper. Hu 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 hu. Und noch zwei da! Woah! Dieser fette Jemaniinz, Mann. Ja, Oleg. Das war ein knappes Ding. Ja, aber es hat funktioniert. So knapp war das egal. Ne, war's. Ja, weil ich ja Zweiter gewonnen bin, dann habe ich denen ja die Punkte geklaut, weißt du, das ist ja das Problem. Nein, das ist gut. Ja, das ist gut. So, dann sind wir jetzt gleich bei dem letzten Cup. Ja. 150 Kilometer gespiegelt. Und dann können wir endlich wieder normal fahren. Ja, und dann haben wir es komplett vergessen. Ja, und dann sind wir gespiegelt gewöhnt. Ja, also gut, bis denn.